hallo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren part in road 96 und ja ich habe ja auch durch schlüsse und deswegen fahren wir die letzten meter zur grenze und mit wir meine ich natürlich mich und meinen charl hoffentlich ganz alleine ich denke es kommt noch irgendwas natürlich aber wir haben die trich also und geld also ja so lange man nicht drauf gehen das alles gut aber jetzt und das waren es denn und mit die dummköpfe ganz ehrlich kriminelle energie kein problem aber mit dummköpfen wie denen habe ich probleme und zwei charles wehen noch die wir nicht kennen und das im ersten durchgang also läuft eigentlich ja jetzt wenn ich immer noch in der car unterwegs ich hoffe ich ja was der passenger auch nee ich will das nein john verpiss dich ich will erstmal die coin nehmen weil das mein geld kann ich das nicht rausschmeißen was okay ja wow die hatte ein fünfjähriger besser zeichnungen wobei er hat das fünfjährige gezeichnet bestimmt aber dass das entwickler team also ich hätte aus fünf jährigen ja ich mache ja ah nice wir gehen drauf let's go was geht den scheiß an was geht den scheiß an was geht den scheiß an und ehrlich warum nehme ich überhaupt mit einer karre die nicht meine ist das dämlich ich meine du stehst eine karre nur um den per anleiter mitzunehmen wie dumm ist das so nein ich will niemanden helfen schnauz und draus aus meiner karre also die nicht mehr ist aber ich hätte ihn gar nicht mitgenommen weil das ist schon dumm ich liebe Trailerparks ich liebe Trailerparks ich liebe Trailerparks das ist wo ich am besten schlafen ich habe die map aha äh 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 keine ahnung man wo sind wir sind wir sind wir immer noch beim truck sind wir einen kreis gefahren wobei das hier sind wir ja which direction should we head in to find a phone booth norden äh norden osten ne geht nicht äh so vielleicht keine ahnung ist mir aber egal kann ich nicht einfach warum warum nehme ich den mit ich meine ich bin an der karre die gestohlen ist ich bin an der karre die gestohlen ist ich bin an der karre die gestohlen ist aber wenn ich die geschlüsse gefunden habe aber trotzdem viele Leute suchen mich für meinen truck interessiert mich nicht oh die Straßen sind in diesem Land ich habe den Straßenblock auf der map komm mal fahren ach komm mal okay wir müssen also nach osten nie ohne seife waschen genau osten ja ja los ja dann verpiss dich einfach vor allem warum vertraue ich ihm überhaupt dass er nicht die Bullen ruft und mich pfeift nein ich kenne den schwarzen nicht ich muss gar nichts außer dir ins gesicht treten wenn sie noch einmal die scheiß lavas hier ne verweiter kann ich nicht weiterfahren kann ich nicht weiterfahren du warst doch gerade da du ich hasse ihn so ja weiter gegen süden i guess was ich sehe sogar die rote ah ja leute da sind wir genau beim anfangspunkt wobei süden süden wobei ne süden süden wenn du wissen was du macht ah osten und ja weiter süden ja ich ich hätte schon längst bei der grenze sein können aber irgendwie steuer ich einen trottel charakter also nicht mich selber sondern irgendein dulli scheint ja ganz ehrlich du stehst ne karre um mal anhalter mitzunehmen wie dumm ist das aber die westen geht nicht da hoch wieso nicht machen wir das so ach so ein klo markier wahrscheinlich musst du ja gleich auf klo dann auch nein ich will abhauen ja wir haben problem der truck ja 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 klo ja 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 und das war jetzt mein Erfolg oder wir Wow Oh, ich krieg dafür Geld, okay. Und ich wünsche, dass du die Fresse halt von mir auf dem Weg gehst. Oh, ich hab seine Karte. Wow. Ja, war doch ganz nützlich, seine Karte. Oh, ich hab mich am Anfang drüber lustig gemacht. Oh, nee, warum werd ich aufgehalten schon wieder? Das ist doch kacke. Ich hätte es schaffen können, aber natürlich muss ich noch den letzten Chart, der fehlt, kennenlernen. Ja, der ist nicht nur der letzte Chart, sondern den, den ich am wenigsten leiden kann. Ja, scherz ihn mal. Ja, doch schon. Na gut, groß leiden kann ich sowieso kaum viel. Ja, bis jetzt eigentlich nur Zoe. Ja, ob sich das ändert, na ja, wage ich zu bezweifeln, aber na ja, wir werden sehen. Ja. Ja. Das war's für heute.